Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich hatte keine, nicht direkt Zeit für ein Planet Zoo Video, deswegen kommt heute Rainbow. Und immer wenn ich aufnehme, bin ich natürlich alleine. Warum auch nicht? Als hätte ich niemanden, mit dem ich Rainbow zocke, aber ist egal. Wir spielen einfach eine Runde Multiplayer ohne Rang. Und... Vielleicht ist ja beim nächsten Mal jemand dabei. Wacken wir, der... Was denkst du, was wir hier machen? Bist du blind? Er ist blind. Er ist ganz, ganz eindeutig, ganz 100% safe blind, Alter. Ganz eindeutig Clash. Äh, man hat ja gesehen, was in meinem letzten Video passiert ist. Was zum Teufel, Alter? Ich will mein Drecks Mikro richten. Danke. Ist wieder abgesackt. Schrottplatz, würde ich sagen, spawnen wir. Soll ich bin Hammermann. I'm a Hammerman. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Alles klar. Hätte ich jetzt nie gedacht, ne? Geil, der Gegner hat das Spiel verlassen. Instanz 5 gegen 4. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Zehn Sekunden bis Einsatz. Einsatmung 5 Sekunden. Ah, nein. Nein. Nein! Rück zur Bombe vor und... Ey, dieses Drecks-Internet. Ich bin Möbel. Ich bin Möbel. Ich bin Möbel. Dude, Concentration ist ja voll am Start. So, instant. Einfach rein gespray-fired. Einfach rein da. Einfach BAM. So. Los, jetzt. Ich hab' ich das als Morro, mal da? Läuft? Vielleicht solltest du nicht wieder hier hinten lang machen. Und dann ich habe was zu sagen. Vielleicht hätte ich das doch noch nicht sollen. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Noch 5 Sekunden. Bombe gefunden. Gelang zu ihrer Position und entschärft sie. Einfach 3 Leute, Markjob. 3 von 4. Ich mach mal hinten rum. Vielleicht hab ich da bessere Chancen. Für den Fall, dass was schief geht, hab ich eine Arschversicherung abgeschlossen. Danke, Internet. Oh mein Gott, von der Seite, Alter. Dieser dreckige Schweinehund. Nur weil ich seine hässliche Kamera zerschrottet hab, ey. Ob die Jäger dabei haben? Ei, was machen die denn jetzt hier? Die Frage ist, kamen die Schüsse von innen oder von außen? Schade, dass ich den Entschärfer nicht hier außen platzieren kann. Einfach den Easy Headshot gegeben. Das, meine lieben Freunde, ist GGEZ. Ich platziere den Entschärfer natürlich wieder genau da, wo man meinen Schädel sehen kann. Entschärfer ist aktiviert. Beschützt ihn um jeden Preis. Wow, Digger. Das ist ja... Ich baller ja richtig rein, jetzt gerade in der Runde. Digger. Was ist denn hier los? Das ist ein Dropshot nach dem anderen. Internet wieder. I love it. Ba, 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 ba. Direkt unter das Wildschwein. Sei es uns bereit. Alles klar. Wicht in die Schusslinie des AVS geraten? Hi, kleiner Freund. Alter, hier unten geht es ab bei... Jäger. Matchabschluss ohne in der Runde... Also, ohne den Rundenabschluss ohne einen Kill zu holen. Finde ich gut. Bin immer noch Erster. Ich bin einfach immer noch Erster. Geil. 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 Ba, 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 ba. Jetzt müsste ich eigentlich auch... Denks... Die Battle Pass Mission... Au. Komplett fertig haben. Ja. 35 abgeschlossen. Battle Pass. Komplett abgeschlossen. Die Neue mit der R irgendwie richtig. Warte mal. Finde ich so mit seiner normalen Mütze, finde ich, sieht die Neue gar nicht mal so schlecht aus. Aber... Mit der Kopfbedeckung... Na ja, so in Kombination passt das auch schon, aber das ist ja die Kopfbedeckung, vor allem wegen den Haaren, sieht das schon so ein bisschen dully aus. Und so hier. Geht doch voll klar. Ich brauche ebenso noch 6000 Bugs für Bug. Ja. Und ich würde sagen, spielen wir nochmal eine zweite Runde und das schnitteln euch auch einen Stein zusammen. Nein, nicht Sledge, nicht Sledge, Junge. Ich wurde entdeckt? Von was, von wem, von wie? Ja. Schädlich ist bereit. Bereit, jemand hat eine Drohne frontal erwischt. Sie gehört uns. Kamera, Übertragung läuft. Achtung, ein Bombenstandort ist in Gefahr. Zehn Sekunden noch. Ja, Kamera hat eine Drohne frontal erwischt. Der Weg ist ja dran ab. Fünf Sekunden noch. Fünf Sekunden noch. Einfach mal schnell hier hinten re-enforcen. Ganz letzte Maßnahme sozusagen. Oh, der Meister in Re-enforst auch mal. War das schon vorher da? Super. Hat das da jemand reingeschlagen von uns oder war das ein Gegner? Junge, wer hat denn das hier reingeballert, ey? Man kann ja kein Schwein durchgucken. War auch stimmt, Mossi, der Zwerg. Wer hat das hier eigentlich platziert? Wo ist der letzte? Nur noch fünfzehn Sekunden. Zeit läuft in zehn Sekunden ab. Digga, wo? Wenn du mit dieser Zone bleibst, wirst du von Feinden entdeckt. Du wurdest entdeckt. Zeitlimit erreicht. Digga, von wo? Das wird mir wieder nicht gezeigt, von wo. Geil auch Scheiß. Wir spielen schon wieder fünf gegen vier. Was ist denn das? Jetzt ist der eine wieder reingekommen. Die Bomben sichern. Wow. Das war arschknapp. Fast hätte er mir den Headdy reingedrückt. Da ist ja noch eine Drohne. Wieso sind hier so viele Drohnen? Ja, meine Bombe lokalisieren. Auf eigentliche Aktionen vorbereiten. Schockdrohne gesichert. Neue Übertragung aktiviert. Öh. Internet. Ich bin in die Schusslinie des AVS geraten. Hat keiner gesehen, was ich hier getan habe. Oh, dude. Wer stand denn da? Ah. Junge Dreck. Was war denn das gerade? Nur noch ein Gegner übrig. Dude. Ich markiere dir doch. Alter. Da. Das muss ich gerade ärgern. Die wollen mich doch gerade verarschen, oder? Alter. Ich habe den sogar markiert. Danke. Das wäre ja was gewesen. Alter. Verwalter. Ich werfe den Kühler. Achtung. Ein Bombenstandort ist in Gefahr. Ach, schau dir so aus. Was verstärkt? Schädling. Hörein. Schädling online. Schädling draußen. Sieh euch das an, Cabrones. Ja. Drohne für uns geklaut. Kein Plan, wo ich die jetzt hinpacken sollte. 20 Sekunden noch. Wir sind eingesetzt. Mehr ist immer gut. Es bleiben 5 Sekunden. Bongo vom Gegner entdeckt. Gerade noch siehst du mich und jetzt nicht. Oh mein Kado nein. Zeit für etwas Abwechung. Die Dörer sind in der Geltung. Internet. Okay. Als ob! Ich renne da noch voll in Mira rein. Äh, ist das belastend. Oha! Bin an dem Ding von Mosse vorbeigekommen. Alter, natürlich, natürlich willst du die Drohne wieder nicht entdecken. Willst du mich verarschen? Willst du mich komplett verarschen? Ich weiß nicht, was hier los ist. Nein, Böse! Hör auf! Ah! Springladung in Position! Breche durch! Das sind nur Punkte für mich. Nichts anderes. Däger, reingeballert, Alter! Erfolgreich! Da hab ich schon einfach an der Seite vorbeiziehen sehen und hab ihnen direkt die Kugel in den Schädel geballert. Äh, fast da was Falsches rausgekommen. Als ob die schon wieder oben sind. Ich verstehe diese Leute nicht, die sich sagen. Wir haben verloren. Versuchen wir es an derselben Stelle nochmal. Warum macht man sowas? Why? Fünf Sekunden bis Einsatz. Ja gut. Ja gut. Ja gut. Und dann geht es mir, was Falsches raus. Verhalten sich nur ein paar Seiten. Okay. Geheim. Eu hatte ein paar Seiten. Hab, das ist mir doch eng. Oh Gott. fuck weil ich mit Pistole gespielt habe safe genau deswegen aber für mich sah das gerade aus als hätte ich da mein Handy reingedrückt und das aber ist egal da hat Mira einfach Bandit umgelegt warum nicht Rache für Bandit wir sind noch zu dritt ja sind wir noch match gewonnen schon wieder geil krieg schon noch ein neues Pack vielleicht noch so ein Pack Opening am Ende des Videos yo läuft genau du hast das verdient womit womit und was bekommen wir bitte was lilanes und bitte Black Eyes und es ist weiß natürlich ist es weiß was soll es denn außer weiß es ist weiß wieder warum was soll das was soll das was ist das ist die bessere Frage was ist das Sporen das sieht eher aus wie der Regenbogenfisch aus diesem Kinderbuch was soll das die sieht scheiße aus hätten sie mir auch Black Eyes für Sledge geben können hätte ich mehr mit anfangen können egal ähm das war's für heute ich hoffe ich sehe euch in der nächsten Folge wieder ich weiß noch nicht wann die rauskommt wollte ich schon mal gesagt haben ähm ja ich hoffe wir sehen uns in der nächsten Folge wieder äh bis dahin ciao ja sie wollen rainbow kriegen unn's dropshot oder mal ein ballbang hier gibt's nobody Spiele sind wie Spongebob, Hose mit nem Floor, Bang, aiming immer on top Sie wollen Rainbow kriegen, nur nen Dropshot oder mal ein Ball, Bang Welt ist Spieler on spot, hier gibt's keine Payflow Spiele sind wie Spongebob, Hose mit nem Floor, Bang, aiming immer on top